Und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Digimon Masters Online, Road to Level 90! Ja, guckt euch das an, wir haben ein Galantmon, endlich! Mal gucken hier, ja, so ein BÄM! Jawoll, da-da-da-da! Awesome Shit Altair! Road to Level 90! Fehlen nicht mehr viele Level! Wir sind auf 49 Level angekommen, also, so viel brauchen wir noch! I have gear level, cloud 12, 10, open BÄM! Nice one! Das freut uns doch! Aber wir sind ein besseres Galantmon, nein, Spaß! Gönnt euch den Damage! Ah ja, ich muss die Werte noch mal gucken, boah, fuck, alter! Ich will Ding in Zaun! Warum werden meine FPS jetzt da oben angezeigt? Wie mache ich das wieder weg? Ich will die weg haben, da oben! FPS-Anzeige weg! Ich habe irgendwo was draufgedrückt! Plus Enter mal geteilt! Zack, zack! Scheiße, ich habe mich zurück digitiert! WTF? Ja, ich hoffe, die werden einfach nicht mit aufgenommen, fertig aus, Mickey Mauser! Ähm, I have 10, 9... I have 10, 9... I have 10, 9... CH0 all... Äh, ich bin CH0... What the fuck? i have lots of dgs 12 so jetzt guck ich mir mal die werte an 790 angrafen 25 prozent wenn haben wir mit 12 11 euro wie man agon renamon gabung und glaube ich war das noch ja da gabung war kurz davor ja und sonst habe ich alle auf 99 aber das ist ja egal und wir haben schon wieder 20 prozent und wir treffen die trotzdem noch nicht teile ich glaube ich muss gleich erst mal dingens 100 person boost ich geht es ja ja ich habe akselatoren aber die bekommst du nicht der 1 cash shop warehouse ich habe meine runde prozent booster vergessen im lager scheiß mann aber die f1 ist nicht so stark finde ich da fand ich die f1 von wogel mal besser aber aus dem schild seine lanze verwandt wieder erstellatoren alter ich habe nur 13 13 43 3m 3 nein spaß digga spaß bei christmas mode alter aber erst mal muss ich mir dann hier kaufen und krani bei krani 10 tvm ich will ein krani haben da müssen wir da wenn er gleich eine datz schreibt dahin fliegen falls wir uns jemand anschreibt deswegen weil ich ja nicht glaub bei plant data er brauchte keine arzt latoren für serafi mann oder wird oder wie oder wo ja christmas mode alter die ich glaube die rote bekommen auf 80 oder 81 level 81 auf level 81 bekommt man die rote oder 80 habe ich zwar gerade schon gesagt aber scheiß drauf locker easy stich ins herz letzter steh die mir level 42 es habe 46 bleiben wir noch das ist kann alles da außer ich ich habe jetzt neuen erfolg bekommen kann irgendwie sein jetzt nix mehr da night of red flame und ca0 und ca0 alter Wir sind für ein paar. Immer diese Leute hier. Follow me. What the fuck? What time is it bei dem? Wir haben, glaub ich, PM, ne? Ey, boah, 3 Uhr hat er, 3 Uhr morgens. What the fuck? 3 AM, Alter. Wir haben 12, ey. Nicht at morning, PM, ne? PM per... Oh, ich weiß gar nicht mehr, was PM heißt, Alter. Ich bin grad mal aufgestanden, ne, okay, was ist grad, aber, naja, ich find das geil. Ich geh nichts, ja, nur lo... achso. Ah, ich hege. Heheheh. das ist ja das ist meine katze dies ausgebüxt heute heute nacht dann muss ich die mal suchen das ist das war echt kacke ich kacke hey wer war das 80 prozent hey and welcome und schon ist die map wieder alle alle thema matrix die station alter thema matrix die station zu nur 62 not mega jetzt habe ich da nicht freigeschaltet post herz wird anlockt der sommer schreiben alter und dann level der hätte ich vollkommen bock drauf weil ich dann wüsste ich habe kann mega level hat ist schon scheiße haben diese special land alter aber beim übel das ist schon alle seraphim ein salam und das heißt nämlich engel black garten und ruhig auch normale garten und ist echt fucking ort im schick jetzt sehr eins wieder oder was für die jetzt die 1 woche alt congratulations die gewaltige level in christ da ist jetzt gleich das level ab das level da ist ja leute wir sind level 42 und damit sage ich tschüss und wir sehen uns dann im nächsten part wieder von let's play die gemacht das online